Hallo zusammen, bei Rose und Rudi haben wir schon viele Sachen gemacht, aber was wir noch nicht gemacht haben, ist die Tanzen. Darum zeige ich dir heute den Tanz, Schritt für Schritt, den du lernen kannst. Am besten lässt du den Kompi nebenan gehen, damit du abschauen kannst. Tanzen ist gut für dein Rhythmusgefühl und für dein Hirn, du musst dir nämlich die Schrittabfolge auswendig merken. Wir zählen dabei auf 8 Zählen und fangen gleich mit einem einfachen Schritt an. Hilf gleich mit, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nehmen wir noch die Arme dazu. Da kannst du ganz kreativ sein und selber etwas erfinden. Ich zeige dir jetzt hier eine Variante. Der zweite Teil des Tanz geht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn du das gut im Griff hast, kannst du deinen Fuss hinterher berühren. Und dann sogar Abwechslungsweise zwei Mal vorne und zwei Mal hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt abwechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt setzen wir den Rest und den zweiten Teil zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt noch mit dem linken Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Im dritten Teil kreuzten. Jetzt seht ihr, wie es geht. Am besten hilfst du mitreden. Rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. Rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. Jetzt zeigen wir den dritten Teil auch noch am Zeichen. Weisst du noch, was am Anfang kam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt testen die rechte Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Und die linke Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. Das braucht das Hirn. Brav. Kannst du noch am vierten Teil mithelfen? Beim vierten Teil kommt noch 3 gut zu klatschen. Schauen wir gleich zu. Rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. 4, rechts kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. So, jetzt kreuzten wir Schritt für Schritt den Tanzanang. Zuerst der Seitwärtschritt mit den Armen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die rechte Seite mit dem Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 7, 8. Und jetzt die linke Seite mit dem Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kreuzten. 3, 4, links kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 3, 4, rechts kreuzten. 7, 8. Am Anfang musst du langsam anfangen. Und wenn du die verschiedenen Teilen beherrschst, kannst du schneller werden und eine coole Musik dazu ablassen. Wenn du noch nicht so sicher bist, lässt du das Video nochmal verfahren und tanzst mit. So, und jetzt gibt es noch eine letzte Runde. Bei eingeladen, als sie gehovernes geht über. Ich habe wieder ein paar PSG von 3, 4, 10, 8, 10, 11, 10. Ich habe ein paar PSG mit dem Bein. Ich habe dieseare und du sonst wie das in meinem Leben zu werfen. Was ich gelehrt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017